Ja, hallo Leute, hier ist die Fox 4 mit Magic Solid 2. Wir haben, ähm, jetzt wird das, den Auftrag, einen Noten zu finden. Wir müssen, äh, hier durch das kleine Fenster durch. Und, man, die melden sich immer wieder. Ja, das nervt irgendwie langsam. Nichts da. Gut. Ähm, wir müssen durch die Tür eine Noten finden und ich, hier ist wieder, wie ich, ja, die melden sich immer und immer wieder. Und, man, siehle Team 10 ist in. Wir haben wirklich keine Kommunikation mit den Siehle? Sie wissen nichts über uns. Du weißt, wir arbeiten in der Dunkelheit und diese Mission ist kein Exception. Nur ein paar Leute wissen über deine Presence hier. Es gibt keine Probleme für die Probleme. Diese Operation ist unter Pentagon's Direkt Command und die NSDD kam von der Vise-Präsidenten und der Sekretär von Defense. Ihre Mission ist vielleicht top secret, aber es ist durch die usualen Channels. Ja, toll. Äh, man, so viele Informationen immer und dann dauert es immer so lange, das ist irgendwie... ...vorscheiße. Aber, weil es tut man nicht alles, wa? Um zu spielen. So, ich gehe erstmal die Treppe runter. Ich gehe nach den Rücken. Ich lege den ersten Platz an dir, okay? Entstanden. Und sind hier ein paar Gegner. Oh, wir sehen die Node. Genau. Und wieder quatschen. Colonel, ich habe die Node located, aber sie ist unter schwerer Verwaltung. Ich kann nicht mehr in die Nähe. Distracte sie. Versuche, ein paar Geräusche zu machen, um ihre Augen wegzunehmen. Wie? Flattene dich gegen eine Wolle und schaue den Knopf-Button. Got it. Oh, Raiden. Mensch, du brauchst eine Anweisung, um jemanden K.O. zu hauen? Ey, bist du auch eine Flasche. Ich wundere, warum dich keiner leiden kann. Naja. Äh, ja. Ich auch nicht. Äh, wir müssen hier jetzt erstmal ausschalten, den Feind, äh, den Gegner. Wir können ja auch den umgehen. Indem wir einfach sowas machen und uns leise anschleichen. So, und haben wieder einen Download. Und haben natürlich wieder, ja, äh, die Möglichkeit, uns hier was anzugucken und haben eine Karte. Und dann können wir noch nicht lang. Ich gehe mal wieder hier hoch. Da haben wir ja oben was gesehen, dass wir was aufnehmen können. Hier können wir nämlich wieder raus. Und es wird wieder geladen. Und was ist das? Ja, Chef, äh, Chef, äh, Chef, äh, Keine Ahnung. Ja, ähm, Stron, ey. So, gehen wir wieder runter. Und wenn wir hier mal reingucken, vielleicht gibt es da auch mal was Schönes. Oh, da haben wir wieder ein Dienes Poster. Oh, ähm, nee. Können wir hier durch? Ja, wir können da durch. Gut. Äh, FA Connecting Bridge. Alles klar. Was ist hier? Ja, ach man. Raiden, watch your back. Das ist ein Cipher. Ein Typ von UAV. Wenn es dich schmerzt, wird es die Person aufhören. Warte ein Moment. Ich habe gerade eine neue Intelligenz auf die Operation being executed von SEAL Team 10. Intercepted? Wie gesagt, vorhin, sie müssen in der Nacht sein, um unsere Presence zu halten. Also, wir haben einfach gehört. Ich werde es durchführen. Das ist Alpha Zero. Wir haben den Präsidenten. Ist er sicher? Er ist sicher. Was über die Package? Er sagt die Leute da, dass wir die Package haben. Easy money. Good work. Ihr Retrieval ist auf der Weg. Kommt nach Hause. Roger das. Holy! Alpha Zero, report. Dammit, cover the President. Komm in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. Wir sind unter attack. Das ist verrückt. Ist das... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, die Leben der Präsident ist in danger. Head zu Strut B, jetzt. Sofort zum B, äh, nee, da muss ich mal hier gucken. Ähm, das F. Das B, okay, dann gehen wir eben da hin. Ähm, und werden auf diese Seite später hinkommen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Denn wir werden jeden Plattformen besuchen. Besuchen vor allem. Ähm, aufsuchen. Na, los, komm. Ah, trotzdem können wir ja mal ausschalten. Oder, falls er da mal aufsteht. Ja, komm. Ich steh nochmal auf. Ah, okay, er steht nicht nochmal auf. Ähm, jetzt können wir ihn wieder aufheben. Mal gucken, ob er fallen lässt. Nein. Dafür wacht er aber gleich auf. Aber ich verschwinde erst mal. Und müssen, äh, zu B, also A, B, Connecting Bridge. So, und wieder in der Zwischen-Szene. Bestimmung, dann kommt auch gleich ein Calling. Dass die miteinander reden wollen. Zwei Gegner. Na gut. Sag ich doch. Kommt nicht klar. Oh. Riden, watch out. There are sentries posted on the Connecting Bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. Alright, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver. And once it runs out, you will fall. Ha. Colonel, was soll ich tun? Ich muss auf die Toilette. Ha. Echt? Den Spaten hat man hier abbekommen, ja. Ach, naja. Egal, Riden, du wirst es schon mal lernen, dass es irgendwann mal eine Zeit ist, wo du mal selber nachdenken musst. Ich dachte, du hast über 300 VR-Missions gemacht und trotzdem weißt du nicht, was du tun sollst. Und macht noch natürlich super Tricks hier. Hat keine Ahnung von nichts, aber macht hier Tricks und Handständchen. Naja, ist egal. So, Strut B.